Willkommen zurück zu Zombie Armour Trilogie Letztens kam ich in den ersten Selfon an Heute geht es weiter Also bis zum ersten Selfon, ja es war okay Ich kann die Elite-Zombie viel schneller besiegen als sonst immer Weil durch diese eine Explosion Aber anscheinend ist die, ja war Munition jetzt hier, ich glaub war nur die eine Ja, alle sind voll halt Okay Oh Kann ich benutzen? Ach wird das schön werden? Oh ich war in einem Hotel drin gewesen Wehe machst du irgendwas jetzt Oh 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 Ja ich habe es hier Was sind das denn für Zombies? Was ist das denn? 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 Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? 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 ja schön ich brauche munition und den gold bahn nehme ich auch mit ja wie sind die sind die dadurch gekommen was stand da war wohl nix die idee erst mal fliegen alter wer kommt jetzt und ein scheiß jumpscare oder so aber cool gemacht die brächer dafür musste das klavier untertreten kommt die dann jetzt her ja ich weiß nicht versuch mal mit der brächer hey leute ja ich kann da nicht durch sehr schön lasst da unten bleiben oh nein nicht schon wieder holen ich kann mir gut vorstellen wer wieder kommt das me schon Schön! Ja genau! Jetzt schlachten sie sich gegenseitig! Oder was? Ernsthaft? Ja gut, die Goldbahnen bleiben also gespeichert. Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Wo ist es eingeschlafen? Ich habe doch gewusst, da war irgendetwas, ich habe wirklich mal gesehen. Jawohl, ins Nebel mal, können wir mal hinter den Nebel gucken. Kannst du die hier hochkommen oder was? Wie, Mann, wie, reagierst du nicht? Ist das so selten dämlich oder so? Kannst auch liegen bleiben, ja? Ja, und du auch. Reagiere. Da! Lalalalalala! Ja, ich bin weg. Ja, töte deine Freunde mit. Du auch, da. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Ja, ich bin weg. Banglehub. Oh! Komm mal, Entschuldigung! Hallo! Ernsthaft! Ja, meins, meins. Möchtest du schwimmen? Wollen die mich verarschen? Wo sollen die denn hierher kommen? Jetzt begreife ich, warum die Schäfer-Expedition so frühzeitig finanziert wurde. Wenn der Führer noch immer im Besitz der anderen Reliquienteile ist, haben wir vielleicht immer noch die Chance, diesen Alltraum zu beenden. Das war's? Hatte ich den? Nee, ich hatte MP4, wa? Die Brüche ist zwar gut, aber... Ich werde sie nicht weiterverwenden. Ich möchte meine eigene... Okay, ich halte sie wieder. Dann kann ich dann mal gucken, ob ich für den nochmal Munition habe. Anscheinend habe ich gar nichts mehr dafür. Na gut, ich bedanke mich, dass ihr wieder zugesehen habt. Dann werden wir uns zum nächsten Mal sehen. Ich bin gespannt, was noch für neue Zombies kommen wird. Ich habe irgendwie noch gelesen, dass so ein... Kettentyp-Heini-Zombie... Wann der kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich habe es nur so als Trophäe gelesen. Na dann, danke ich nur noch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.